Dillingen an der Donau ist eine große Kreisstadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Geografie Dillingen liegt in Nordschwaben am Nordhufer der Donau im Donauried. Die Grenze zu Baden-Württemberg verläuft etwa 15 Kilometer von Dillingen entfernt. Augsburg als nächstgelegenes Oberzentrum liegt rund 50 Kilometer entfernt. Zu Dillingen an der Donau gehören seit der Gemeindegebietsreform unter anderem die Ortsteile Dillingen an der Donau, Donau-Altheim, Fristingen, Hausen, Kicklingern, Schritzheim und Steinheim. Geschichte Das Linearbahn-Keramische Gräberfeld in Dillingen-Steinheim ist eines der besterforschten der Steinzeit in Mitteleuropa. Die Ursprünge der Stadt Dillingen lassen sich bis auf eine alemannische Siedlung zurückverfolgen. Aus Witteslingen kommend ließen sich die späteren Grafen von Dillingen im 10. Jahrhundert im Donautal nieder, wobei deren Burg zum Zentrum der heutigen Kreisstadt Dillingen wurde. 973 erstmals urkundlich erwähnt, fiel Dillingen 1258 als Schenkung an das Hochstift Augsburg, das ab 1500 zum Schwäbischen Reichskreis gehörte. Es war spätestens ab dem 15. Jahrhundert bis zur Säkularisierung 1803 Residenzstadt der Bischöfe von Augsburg. Die Fürstbischöfe von Augsburg, vor allem die beiden Kardinäle unter ihnen, förderten als Stadtherren das Wachstum der Stadt. Kardinal Peter von Schaumberg baute die Dillener Burg zum spätgotischen Burgschloss um und richtete in ihr die Regierung des Hochstifts ein. Kardinal Otto Trusses von Waldburg gründete 1549 1551 die Universität Dillingen. Die Universität mit theologischem Schwerpunkt wurde 1563 den Jesuiten übergeben und erlangte als erste voll ausgeprägte Jesuiten-Universität auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation über regionale Bedeutung. 1802-03 kam die Stadt zu Bayern. Die Universität wurde in ein Lyzeum zur Ausbildung katholischer Theologen umgewandelt. Aus dem wiederum 1923 die Philosophisch-Theologische Hochschule Dillingen entstand. 1862 wurde das Bezirksamt Dillingen an der Donau gegründet. Am 1. Juli 1972 entstand der Landkreis Dillingen an der Donau in seiner heutigen Form einschließlich der bis dahin kreisfreien Stadt Dillingen, die zur großen Kreisstadt wurde. Zudem wurde an diesem Tag die ursprünglich selbstständige Gemeindehausen eingegliedert. Eingemeindungenpolitik Der Stadtrat hat 24 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 16. März 2014 führte zu folgender Sitzverteilung im Stadtrat. Oberbürgermeister ist seit März 2014 Frank Kunz. Partnerstädte und Patenschaften Städte-Partnerschaften Sachsen-Brand-Erbisdorf-Sachsen Italien-Bondeno-Italien Irland-Nass Irland Patenschaften 1988 wurde die Patenschaft für die vertriebenen Deutschen aus der Stadt Hostau im Böhmerwald übernommen. 1998 wurde eine Patenschaft mit dem U-Boot-Ausbildungszentrum der Deutschen Marine in Eckernförde geschlossen. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die bekannteste Person, die in Dillingen gewirkt hat, dürfte wohl Sebastian Kneipp sein. Kneipp wurde 1844 am örtlichen Gymnasium aufgenommen und begann 1848 sein Studium der Theologie in der Stadt an der Donau. Heute erinnert ein Kneipp-Rundweg durch die Stadt an das Wirken des Priesters und Hydrotherapeuten in Dillingen. Im Stadt- und Hochstiftsmuseum existiert zudem eine Ausstellung über Kneipps Heilerfolg und das Entstehen seiner Kneipp-Medizin. Im Jahr 2007 wurden die Delina Basilika-Konzerte ins Leben gerufen. Seitdem finden jährlich drei Konzertzyklen mit verschiedenen Veranstaltungen in der Basilika Sankt-Peter statt. Alle zwei Jahre im Herbst finden zudem die Delina-Kulturtage statt. Sehenswürdigkeiten Basilika Sankt-Peter Drei schiffige Hallenkirche mit Baubeginn 1619 gebaut auf Fundamenten von Vorgängerkirchen, die aus dem 13. und 15. Jahrhundert stammen. 1979 wurde die Kirche zur päpstlichen Basilica meiner erhoben. Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in der ehemaligen Universität des Jesuiten-Kollegs mit dem Goldenen Saal und dem Historischen Bibliothekssaal. Studienkirche Maria Himmelfahrt Renaissancebau mit Rokoko Ausstattung Die Kirche war Teil der ehemaligen Universität und war Weilstätte für die Priester des Bistums Augsburg. Klosterkirche Maria Himmelfahrt Klosterkirche Maria Himmelfahrt Der Delina Franziskanerinnen Kleinod des Beginnenden Rokoko Wessobrunner Stuck Schloss Ehemaliger Sitz der Augsburger Fürst Bischöfe Älteste Teile aus der Stauferzeit Ensemble verschiedener Baustile umfassend restauriert Spitalkirche Heiliggeist Spätgotischer Ende des 17. Jahrhunderts Barockisierter Bau mit Wessobrunner Stuck Königstraße Zentraler Straßenzug mit Mitteltorturm Rathaus und gut erhaltenem historischen Straßenbild A. Stadt- und Hochstiftsmuseum sowie die Obere Apotheke Neuromanische Pfarrkirche Maria Rosenkranz im Stadtteil Schretzheim Hauptartikel Wirtschaft und Infrastruktur Die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie erfolgte vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Namhafte in Delingen ansässige Unternehmen sind beispielsweise B.S.H. Bosch und Siemens Hausgeräte Delingen Deutz-Fahlauingen R.M.G.M.B.H. Oggelbau-Sandner-Wetzel Verkehr durch die Stadt führt die auch als Donautalbahn bezeichnete Strecke Regensburg-Neuoffingen Die Regionalbahnen zwischen Donauwörth und Günzburg kreuzen sich dabei in Delingen Bis 1972 war hier zudem der südliche Endpunkt der Herzfeldbahn einer Schmalspurbahn die Delingen mit allen verbannt Der örtliche öffentliche Personennahverkehr wird mit zwei Stadtbuslinien angeboten die die Kernstadt sowie die Stadtteile hausen Donau-Altheim und Schreizheim bedienen Mit dem Auto ist Delingen über die Bundesstraße 16 zu erreichen Die nächsten Autobahnanschlüsse liegen in Gingen an der Brenz und Günzburg und sind rund 25 Kilometer entfernt Außerdem führt der Donau-Radweg durch die Stadt Mit dem Kreiskrankenhaus Sankt Elisabeth steht der Stadt eine leistungsfähige Krankenanstalt zur Verfügung Mit der Regens-Wagner-Stiftung gibt es zudem eine Einrichtung zur Betreuung und Förderung mehrfach behinderter und hörbeschädigter Menschen Weiterhin existiert eine ökumenische Sozialstation sowie das Heilig-Geist-Stift Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft GGMBH Fachakademie für Sozialpädagogik Delingen des Schulwerks der Diözese Augsburg Idaseele Archiv Öffentliche Einrichtungen In sechs Kindergärten im Stadtgebiet Studienbibliothek Stadtbücherei Amtsgericht Die Luitpold-Kaserne am östlichen Stadtrand beherbergt das Führungsunterstützungsbataillon 292 Die Luftlande Fernmelde Kompanie 200 Die noch bis Ende des Jahres 2008 mit Teilen anwesend war und die Teile des Bundeswehrdienstleistungszentrums Ellwangen Sport Unweit der Donau befindet sich das erst 2007 komplett renovierte Donaustadion Persönlichkeiten Ehrenbürger Karl Böck Begründer der Akademie für Lehrerfortbildung verliehen 1981 SR Irma Staudinger Marlene Wetzel-Haxpacher Unternehmerin verliehen 2003 Ludwig Herring Hans-Jürgen Weigel Oberbürgermeister verliehen 2008 Wilhelm Röll, Chefarzt des Deliner Kreiskrankenhauses verliehen 2010 Gottfried Fellner, Pfarrer von St. Peter in Dillingen von 1986 bis 2012 verliehen 2012 In Dillingen geboren Adalbero, Bischof von Augsburg 887 zu 910 Dietrich von Pleningen, Humanist Heinrich Vogt, Herr der Ältere, Maler Leonhard H. Maler und Zeichner Athanasius von Dillingen wurde als Johannes Hoferker geboren Der Kapuziner war als Mischens- und Festprediger in Süddeutschland tätig Johann Jakob von Meier, Weihbischof in Augsburg Johann A. Louis Hele, Landesdefensionsoberst und Kommandant von Braunau während des Bayerischen Volksaufstandes 1705 Am 18. Dezember 1705 berief er für den 21. Dezember das Braunauer Parlament ein S.R. Maria Theresia Haselmeier, Generaloberin Mitbegründerin der Regens-Wagner-Stiftungen Wilhelm Bauer, der Erfinder des U-Bootes Hugo Freiherr von Habermann, Maler Tessa Gredel, Sopranistin Friedrich Rittelmeier, Evangelischer Theologe und Mitbegründer der Christengemeinschaft Georg Philipp Wöhlen, Maler und Grafiker Josef Becker-Dillingen, Land- und Gartenbauwissenschaftler Ingeborg Geisendörfer, deutsche Politikerin Aquilin Ulrich war als Arzt am Euthanasie-Programm beteiligt Hannes Messemer, Schauspieler Heinz Butz, Maler und Zeichner, Lehrstuhlinhaber an der Akademie der Bildenden Künste München Otto Schönberger, studierte klassische Philologie Von ihm stammen zahlreiche Klassikerausgaben Niklas Holzberg, Altphilologe Anselm Kampikoff, Darmologe, Professor An der Ludwig-Maximilians-Universität München Wolfgang Huxler, Benediktiner, Siebda, Erzabt von Sankt, Ottilien Walter Bernhard Lagrand, Bankräuber in den Vereinigten Staaten hingerichtet Markus Merkel, Musiker Mittelingen verbunden Heinrich Wagneretsch, Jesuit, Theologe, Kanzler der Universität Matthias Wolker, Maler des Hochbarock Johann Michael Fischer, der in Delingen gestorbene Bildhauer Schufu A. Die Altäre und die Kanzel der Studienkirche Den Hochaltar in Steinheim und neben Altäre in Sankt Michael in Violau Matthias Klostermayer, bayerischer Jasel Wilderer Anführer einer Räuberbande in Delingen Verurteilt und erdrosselt Anschließend zertrümmert Geköpft und gevierteilt Josef Anton Laucher, Organist, Musikdirektor, Gesangslehrer, Komponist seit 1774 in Delingen als Lehrer tätig Es ist eine Grundschule nach ihm benannt Johann Michael Zähler, katholischer Theologe, Professor der Ethik und Pastoraltheologie in Delingen an der Donau 1821 Domkapitular und 1822 Weihbischof mit dem Recht der Nachfolge 1829 Bischof von Regensburg Christoph von Schmidt, katholischer Theologe, Jugendschriftsteller Johann Evangelist Wagner, katholischer Geistlicher, Professor in Delingen und Gründer der Regens-Wagner Stiftungen Sebastian Kneipp, katholischer Priester und Hydrotherapeut, begann 1848 sein Studium der Theologie in Delingen Barbara Renz, die erste Frau in Süddeutschland, die einen Doktorgrad trug, hat hier lange Zeit gelebt und ist hier gestorben Es ist eine Straße nach ihr benannt Peter Dausch, Exeget, Buchautor und Professor der Theologie, wirkte von 1903 bis 1930 in Delingen und starb dort als Emeritus 1944 Paul Sinetti, deutscher Geologe und Historiker Georg Graf, katholischer Theologe, Orientalist Schwester Agreda Dir, Taubstummenpädagogin Heinz Piontek, Schriftsteller Peter Rummel, katholischer Kirchenhistoriker Carmen Hangarnou, Opernsängerin, Gesangspädagogin Erich Pavlu, Schriftsteller Schwester Vera Fischer, Pädagogin Die Killerpilze, eine Rockband Klima